Guten Abend, heute möchte ich von einer Sackgasse berichten, einem wirtschaftlichen Entwicklungsmodell, das zwar erfolgreich war, diesen Erfolg aber nur um den Preis massiver Eingriffe in die Natur erzielen konnte. Es handelt sich um die sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, die aber inzwischen über ihre geografischen Verhältnisse lebt. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, insgesamt 51 mit Alaska und Hawaii im Pazifischen Ozean. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat ist Kalifornien mit 35 Millionen Einwohnern. In Kalifornien leben Menschen unterschiedlichster Herkunft. Die Weißen, in den USA Caucasians genannt, machen 49 Prozent der Bevölkerung aus. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 69 Prozent. Die Latinos oder Hispanos machen 31, die Schwarzen, die Afroamerikaner 12 und die Asiaten 8 Prozent aus. Von 1980 bis 2000 ist die Bevölkerung Kaliforniens um fast 10 Millionen Menschen gewachsen. Es ist der einwanderungsfreundlichste Bundesstaat. 2002 kamen eine Million Zuwanderer auf legalem Weg in die USA. Davon entfielen allein auf Kalifornien 30 Prozent und die Hälfte der Mexikaner, der Vietnamesen und der Philippiner. Los Angeles hat in gewisser Weise die New Yorker Einwandererinsel Ellis Island abgelöst. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist Kalifornien führend. Es erwirtschaftet 14 Prozent des US-amerikanischen Bruttoinlandsproduktes. Als unabhängiger Staat wäre es die fünfte oder sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Erde, in der Größenordnung von Kanada und Frankreich. Warum ist Kalifornien so attraktiv? Der Bundesstaat ist 1200 Kilometer lang, seine Hauptstadt ist Sacramento. Er liegt zwischen der Sierra Nevada und dem Pazifischen Ozean und grenzt an Mexiko sowie an die Bundesstaaten Oregon, Nevada und Arizona. Die boomende Wirtschaft lockt natürlich Einwanderer an, profitiert aber auch von ihnen, von den chinesischen Kulis des 19. Jahrhunderts und den durch die Weltwirtschaftskrise von 1929 ruinierten Farmern des Mittelwestens, die Steinbeck in Früchte des Zorns beschreibt, über die Mexikaner bis hin zu den Hispanos und Asiaten von heute. Und die wirtschaftlichen Aktivitäten des Staates erstrecken sich über alle Bereiche, Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen. Kalifornien ist ein beliebtes Ferienziel mit dem Death Valley, dem Tal des Todes und dem Yosemite Nationalpark. Dazu kommen die Filmindustrie in Hollywood und Beverly Hills, die Medien, die Informationstechnologie im Silicon Valley, wo Apple und Hewlett Packard gegründet wurden, sowie die Biotechnologie. Ein weiterer bedeutender Sektor mit McDonnell Douglas, Hughes Electronic und Rockwell ist die Militär- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie, die in den 90er Jahren an Bedeutung verloren hatte, nachdem die staatlichen Aufträge von 54 auf 41 Prozent zurückgegangen waren, die aber inzwischen wieder Auftrieb bekommen hat, seitdem das Pentagon aufgrund der Kriege gegen Afghanistan und den Irak wieder mehr Aufträge erteilt. Ein Fünftel der gesamten Bundesmittel und der privaten Förderung für Forschung und Entwicklung geht nach Kalifornien, das ein herausragendes Netz aus Universitäten aufzuweisen hat. Dazu gehören die weltberühmten Universitäten in Berkeley und Stanford. In der Landwirtschaft schließlich produziert Kalifornien mehr als jeder andere amerikanische Bundesstaat. Obst und Gemüse, die kalifornischen Weine aus dem Napa und dem Sonoma Valley, Baumwolle, Luzerne und Massentierhaltung in den sogenannten Feedlots, regelrechten Fleischfabriken. Ein großer Teil der Produktion ist übrigens für den Export bestimmt. Das wird dadurch erleichtert, dass sich die größten amerikanischen Häfen in Kalifornien befinden, in Los Angeles und Long Beach. Kalifornien nimmt nämlich eine herausragende Position zwischen den USA einerseits und dem lateinamerikanischen und asiatisch-pazifischen Raum andererseits ein. Und erst das ist der Grund für seine geradezu überragende Bedeutung für die Vereinigten Staaten. Der Hafen von Los Angeles ist der größte der USA mit einem dreimal so großen Frachtaufkommen wie der Hafen von New York und im Flugverkehr steht Los Angeles an dritter Stelle hinter Atlanta und Chicago. Die wichtigsten zwei Städte Kaliforniens sind weltbekannt, das Ballungsgebiet der Megastadt Los Angeles mit insgesamt 17 Millionen Einwohnern sowie der Ballungsraum in der Bucht von San Francisco mit fast acht Millionen Einwohnern. In all dem kommt der American Dream zum Ausdruck, ein ideales Bild. Nur, dass die geografischen Bedingungen inzwischen einen Strich durch diese ideale wirtschaftliche Rechnung machen. Dazu muss man wissen, dass die gesamte Entwicklung seit ungefähr 100 Jahren nur durch massive Eingriffe in die Natur ermöglicht wurden. Worum handelt es sich? Wenn man hinter die Kulissen blickt, erkennt man, dass für den Ausbau der Städte sowie für Industrie und Landwirtschaft von sehr weit her Wasser herangeschafft werden musste. Die Flüsse aus der Sierra Nevada, wie hier der Sacramento und der San Joaquin, wurden umgeleitet, um das Land des Central Valley Projects zu verbessern. Die Küstenstädte wiederum, Los Angeles, San Diego und San Francisco, kauften nach und nach die Wasserrechte der Farmer und Viehzüchter auf. Der Owens Lake wurde zugunsten der Einwohner von Los Angeles regelrecht trocken gelegt. Das wunderbare Tal des Hatch-Hatchee River wurde 1923 durch einen Staudamm überflutet, um San Francisco mit Wasser versorgen zu können. Nun zum Colorado, dem Grenzfluss zwischen Kalifornien und Arizona. Gebändigt wurden die Wasser des Flusses mit dem Bau des Hoover-Staudamms in den 30er Jahren. So konnte das Wasser in das Imperial und das Coachella Valley zu den Farmern der südkalifornischen Wüstengebiete gebracht werden. Durch einen in den 40er Jahren gebauten über 250 Kilometer langen Kanal gelangt Wasser aus dem Colorado bis nach Los Angeles. Aber all das war noch nicht genug. In den 60er Jahren baut er der Bundesstaat Kalifornien den California Aqueduct, über den Wasser aus dem Norden Kaliforniens in den Süden befördert wird. Es handelt sich um einen regelrechten künstlichen Fluss, der über die Tehachapi Mountains gepumpt wird und im Norden von Los Angeles endet. Insgesamt ist er 700 Kilometer lang. Das ist in gewisser Weise so, als würde man einen Teil des Zähnewassers von Paris aus nach Südfrankreich befördern und dabei das Zentralmassiv überqueren. Das bedeutet, dass inzwischen 20 Millionen Kaliforniern davon abhängig sind, von weit her mit Wasser versorgt zu werden. Und so ist das künftige Wachstumspotenzial abhängig von dem massiven Wasserverbrauch der Städte, aber auch dem Verbrauch der Landwirtschaft, die 80 Prozent der Ressourcen in Anspruch nimmt, und von den Wasserreserven der großen Stauseen des Colorado. All das führt zu Konflikten zwischen Wasserversorgern, Umweltschutzgruppen, Landwirten und der Bundesregierung, die letztendlich entscheiden muss. Die Profite des Agrobusiness beruhen letztendlich auf billigen und gut ausgebildeten Arbeitskräften aus Mexiko und auf billigem Wasser. Denn die entsprechenden Infrastrukturen werden vom Staat Kalifornien oder von der Bundesregierung finanziert, in beiden Fällen also vom Steuerzahler. Kalifornien ist abhängig vom Schneefall in der Sierra Nevada sowie vom Wasserstand in den Stauseen des Colorado. Bisher entnahm es diesen Stauseen mehr als es eigentlich durfte, da Arizona und Nevada den ihnen zustehenden Anteil nicht ausschöpften. Aber damit ist es jetzt vorbei. Denn aufgrund des Wachstums von Tucson, Phoenix und Las Vegas verbrauchen diese Städte den ihnen zustehenden Anteil an den Wasserreserven inzwischen selbst. Das führt dazu, dass sich im Streit um das Wasser in Kalifornien inzwischen drei Gruppen gebildet haben. Die Landwirte, die allein 80 Prozent des Wassers verbrauchen, die Städte und die Wasserversorgungsunternehmen, darunter der Metropolitan Water District von Los Angeles und die Umweltaktivisten, die sich auf Bundesgesetze zum Umwelt- und Wasserschutz berufen, da sie feststellen, dass diese nicht befolgt werden. Obwohl die Bundesregierung der Agro-Business-Lobby nahesteht, tendiert sie inzwischen mehr und mehr dazu, den Umweltschützern recht zu geben. Wird man sich in Washington womöglich der Tatsache bewusst, dass es so nicht weitergehen kann? Ist der sogenannte Wasserstress ein Hindernis für das Wirtschaftswachstum? Dass Gray Davis bei den Gouverneurswahlen von Arnold Schwarzenegger geschlagen wurde, war auf die Probleme bei der Stromversorgung zurückzuführen, das heißt auf die Krise der Energieversorgung. Kalifornien steckt in einer schwierigen Lage. Man erinnere sich an den Stromausfall von 2003, die Rassen und Ruhen von 1992, die riesigen Waldbrände in den Nationalparks und das Erdbeben in San Francisco von 1994. Kalifornien liegt genau über der sogenannten San Andreas-Störung. Kalifornien ist im Grunde die Quintessenz des American Dream. Dort kommen die Grenzen und die notwendige Infragestellung eines Entwicklungsmodells zum Ausdruck, das letztendlich über seine Verhältnisse lebt. Und zum Ausdruck kommen dabei auch die Stärke und die Schwäche des amerikanischen Systems. In dieser Sendung über Kalifornien haben wir uns auf die Forschungsarbeiten von Gérard Dorel gestützt. Er ist Professor für Geografie an der Pariser Sorbonne und Beamter im Bildungsministerium. Wenn Sie sich eingehender mit der amerikanischen Westküste befassen möchten, empfehle ich Ihnen das Kapitel über die Vereinigten Staaten in der Geografie universell von Gérard Dorel bei Archette und Reclus. Morgen beginnt in Saint-Dié-de-Vosgesen das internationale Geografie-Festival, das sich dieses Jahr mit der Welternährungssituation befasst. Es dauert bis zum 3. Oktober 2004. , bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017